Hier ist jetzt mein Spatz vorbei geflogen, gegenüber, ich denke es ist ein Hausrotschwanz, ich nehme ihn noch nicht mehr auf, aber wir reden ja jetzt auch noch, also man hört ständig Vögel am Singen, ich bin der Flemmor Schorler, wir haben den 2. Oktober, also den 2. 10. 2021, ich habe jetzt noch ein paar, also die 60 Videos von gestern, die habe ich uns gerade auf LinkedIn hochgeladen, jetzt lade ich sie auf die Webseite hoch, dann schaue ich sie auf Instagram hoch, einfach mal schauen wo der Region grösste ist, dort mache ich weniger Naturvideos, jetzt ist es auch etwas erwölkt, ich weiss jetzt nicht wie, aber bei Gelegenheit mache ich auch hier natürlich weiterhin Videos. Gut.